Was war das, was ich überhaupt je in meinem Leben gemacht habe? Das war noch mit den israelischen Brüdern, wenn ich mich recht entsinne, ja. Das war im Vorprogramm der Kings, weltberühmte Band zumindest damals, mit You Really Got Me. Lola gab es ja noch nicht, das war so richtig noch die You Really Got Me Phase und Sunny Afternoon, Dead End Street und so weiter. Die traten in der Kölner Sporthalle auf, die inzwischen ja nicht mehr steht, längst abgerissen ist, durch diese Arena abgelöst wurde. Und ja, da habe ich es geschafft mit meiner Hartnäckigkeit, meiner freundlichen Hartnäckigkeit, dass wir ins Vorprogramm kamen. Und immerhin 8000 Leute für einen 17, 18-jährigen Schüler, das war schon sehr beeindruckend. Und ich weiß auch, dass ich dachte, ich habe also mal so den Vorhang, als wir noch hinten auf den Auftritt warteten, den Vorhang mal so einen Spalt weit mal so da durchgespingst. Und da dachte ich, wenn ich da rausgehe, werde ich einfach meine Beine mich nicht mehr tragen vor Schreck. Ich werde einfach nur umsinken vor Aufregung. Ja, ja. Ist aber nicht passiert. Aber interessant ist, wie unprofessionell das damals noch gehandhabt wurde. Es gab keinen Soundcheck. Ich wusste noch nicht mal, über welchen Gitarrenverstärker ich spielen sollte. Irgendwann hieß es so, jetzt raus auf die Bühne. Vier Songs sollten wir spielen. Und ich sah da ein Meer von Verstärkern rumstehen, von verschiedenen Bands, aber auch eine andere englische Band. Wie hießen die noch mal? Das Stück, der Hit von denen war Painterman. Painterman, Painterman. Komm, jetzt ist es im Moment nicht mehr drauf. Egal. Ja, ich habe dann einfach gedacht, ach, stöpselst du dich einfach an irgendein Verstärker, wo ein rotes Lämpchen glüht ein. Ging dann auch. Wir hatten aber durch keinerlei Gefühl, wie laut man sein muss in einer Halle für 8000 Leute. Wir hatten immer nur in Jugendheimen, kleinen Kneipen, Clubs und sowas gespielt. Ich habe dann irgendwie so ein langes Gefühl, ein bisschen gedreht, ach ja, das muss jetzt laut genug sein. Und schrecklich war dann, dass es einen Song gab, That's Nice hieß, der von Neil Christian. Da ist unser Schlagzeuger vom Start weg im Gegentakt gelandet. Er hat das ganze Stück immer genau entgegengesetzt gespielt. Die haben es dann einfach durchgezogen. Grauenhaftes Gefühl. Hat aber wohl keiner gemerkt. Wir sind auch recht gut angekommen. Also nicht jetzt, dass wir da aufgrund dessen Welt berühmt geworden sind. Aber man sagt uns, es wäre gut gewesen. Ich habe aber den Verdacht, dass man uns nicht bis in den letzten Winkel der Halle gehört hat. Es war bestimmt zu leise, dass alle uns hören konnten. Aber ich sah einfach eine senkrechte Wand von Gesichtern vor mir. Die waren also fast senkrecht gestapelt sozusagen, die Sitzreihen. Das war also schon sehr beeindruckend, erschreckend. Aber auch irgendwie toll, das dann überlebt zu haben überhaupt. Das war schon irre. Das war schon sehr gerne. Das war schon sehr gut. Das war schon sehr gut. Vielen Dank.